Sais, die Hüter des Todes, von Neil Schusterman, aus dem Amerikanischen von Pauline Kobarsik und Christian Lutze, gelesen von Thorsten Michaelis. Mit den weiteren Stimmen von Ilka Teichmüller, Marie-Isabel Wahlke, Elias Emkin, Marian Funk, Dirk Kaufels, Peter Lonzek und Uwe Teschner. Eine Produktion des Argon Verlags. Teil 1. Robe und Ring Aus dem Nachlesetagebuch der E.S. Currie Wir müssen von Rechts wegen Buch führen über die Unschuldigen, die wir töten. Und in meinen Augen sind sie alle unschuldig. Sogar die Schuldigen. Jeder trägt irgendeine Schuld. Und jeder hat noch eine Erinnerung an die Unschuld der Kindheit. Egal wie viele Schichten von Leben sich darum gewickelt haben. Die Menschheit ist unschuldig. Die Menschheit ist schuldig. Und beide Zustände sind unbestreitbar wahr. Wir müssen von Rechts wegen Buch führen. Es beginnt mit dem ersten Tag unserer Lehre. Aber offiziell nennen wir es nicht töten. Diese Bezeichnung ist gesellschaftlich und moralisch inkorrekt. Von Anfang an und bis heute heißt es Nachlesen. Nach der Art, wie die Armen in biblischen Zeiten den Wegen der Weinbauern gefolgt sind, um einzelne vergessene Reben aufzulesen. Es war die früheste Form der Wohlfahrt. Genauso ist die Arbeit eines Scythe. Sobald ein Kind alt genug ist zu verstehen, bekommt es erklärt, dass Scythe einen unentbehrlichen Dienst für die Gesellschaft leisten. Unsere Arbeit kommt einer heiligen Mission so nah, wie die moderne Welt sie überhaupt kennt. Vielleicht müssen wir deshalb von Rechts wegen Buch führen. Ein öffentliches Protokoll, das Zeugnis ablegt, warum wir Menschen die Dinge tun, die wir tun. Für jene, die niemals sterben und jene, die noch geboren werden. Wir sind angehalten, nicht nur unsere Taten, sondern auch unsere Gefühle aufzuschreiben, weil bekannt sein muss, dass wir Gefühle haben. Bedauern, Reue, Trauer, zu groß, um sie zu ertragen. Denn wenn wir diese Gefühle nicht hätten, was für Monster wären wir. Kapitel 1 Kein Verdunkeln der Sonne Der Scythe kam spät an einem kalten Novembernachmittag. Citra saß am Esstisch und quälte sich mit einer besonders kniffligen Mathematikaufgabe, schob Variablen hin und her, ohne eine Lösung für X oder Y zu finden, als diese neue, sehr viel bösartigere Variable in die Gleichung ihres Lebens trat. Die Terranovas hatten oft Besuch. Deshalb gab es kein Gefühl von Vorahnung, als es an der Wohnungstür klingelte. Kein Verdunkeln der Sonne, das die Ankunft des Todes vor ihrer Tür angekündigt hätte. Vielleicht sollte das Universum sich dazu herablassen, solche Warnungen zu erteilen. Doch im großen Plan der Dinge waren Scythe nicht übernatürlicher als Steuereintreiber. Sie tauchten auf, gingen ihrem unangenehmen Geschäft nach und waren wieder verschwunden. Ihre Mutter machte die Tür auf. Citra sah den Besucher nicht, weil er zunächst durch die geöffnete Tür verdeckt war. Sie sah bloß, wie ihre Mutter dastand, plötzlich unbeweglich, als hätten ihre Blutbahnen sich verfestigt und sie würde, wenn man ihr einen Stoß versetzte, umfallen und auf dem Boden zerschellen. Darf ich hereinkommen, Mrs. Teranova? Die Stimme des Besuchers verriet ihn, volltönend und unausweichlich, wie der dumpfe Ton einer eisernen Glocke, voller Zuversicht in die eigene Fähigkeit, all jene zu erreichen, die erreicht werden sollten. Noch bevor sie ihn sah, wusste Citra, dass er ein Zeiss war. Mein Gott, ein Zeiss ist zu uns nach Hause gekommen. Ja, ja, natürlich. Kommen Sie herein. Citras Mutter trat beiseite, um ihn vorgehen zu lassen, als wäre sie die Besucherin. Und nicht er. Er trat über die Schwelle. Seine weichen, slipperartigen Schuhe machten kein Geräusch auf dem Parkett. Seine vielschichtige Robe war aus glattem, elfenbeinfarbenem Leinen und obwohl ihr Saum über den Boden streifte, war sie absolut makellos. Seiss konnten die Farbe ihrer Robe frei wählen, wie Citra wusste.